Nachdenkseiten Die kritische Website EU-Wahlkampf – Wie sich die Bilder gleichen Ein Kommentar von Tobias Riegel Sprachliche Verrohung, Ablenkung von zentralen Themen, eine Flucht nach vorne bei selber angerichteten Multikrisen. Der EU-Wahlkampf illustriert gut einige gesellschaftliche Tendenzen und auch, wie sich die dafür Verantwortlichen aus der Affäre ziehen wollen. In diesem Artikel geht es nicht um die detaillierten Inhalte, mit denen die Parteien sich zur EU-Wahl stellen. Hier soll nur auf die Wirkung der Plakatkampagnen im öffentlichen Raum eingegangen werden. Die Montage des Titelbilds zeigt Werbesprüche zum einen der Grünen und zum anderen der Bundeswehr. Auch im aktuellen EU-Wahlkampf führen sich die Grünen also wieder einmal besonders dreist auf. Anstatt den eigenen Wandel von angeblichen Pazifisten zu den härtesten Kriegstreibern der Republik noch zu vernebeln oder erklären zu wollen, wird dieser Schritt in Form einer geistigen Überrumpelung als betont normal dargestellt. Man biedert sich sogar mit den eigenen Slogans bei der Bundeswehr an, als sei das das Normalste der Welt. Und als sei der, der sich noch über die Entwicklung der Partei oder den kriegerischen Charakter vieler Grüner wundert, einfach nur von gestern. Die heftige Flucht nach vorne der Grünen im vergangenen Bayern-Wahlkampf hatte ich in einem verlinkten Artikel beschrieben. Einiges davon lässt sich auf den aktuellen Wahlkampf übertragen. Weitere Motive der Grünen zur Europawahl finden sich in einem weiteren verlinkten Artikel. Mit sprachlicher Verrohung gegen die Verrohung? Sehr unangenehm fällt der Wahlkampf der Partei Volt auf. Zum einen entfacht diese Partei eine für ihre Größe und Erfolglosigkeit sehr beeindruckende Materialschlacht. Man fragt sich, wer diese zahlreichen Plakate eigentlich bezahlt. Außerdem nutzt Volt sprachliche Verrohung, um sich bei den Pseudolinken anzubiedern, etwa mit dem Spruch »Sei kein Arschloch«, der sich vermutlich auf ein Lied der Band »Die Ärzte« beziehen soll. Warum diese deutliche Sprache? fragt Volt bezüglich des Plakats selber und antwortet. Die Wortwahl soll Aufmerksamkeit erregen und ein starkes Statement gegen Rechtsextremismus setzen. Die Wahl der Sprache ist bewusst sehr direkt und soll zur Selbstreflexion anregen. Zitat Ende Mit Verrohung gegen die Verrohung, oder was? Zu diesem Nonsens ist außerdem zu betonen, dass es eine verbreitete Masche ist, einen sprachlichen Tabubruch dadurch zu rechtfertigen, dass man ihn ja ganz bewusst ausführt und natürlich dadurch, dass man ja zu den Guten gehört, für die andere Kriterien gelten als zum Beispiel für Kritiker der Bundesregierung. Wo zeigt sich eigentlich die in dem Zitat angemahnte Selbstreflexion einer Partei, die den politischen Gegner auf zahlreichen Plakaten etwa in Berliner Stadtbild als »Arschloch« bezeichnet? Und welche Art der gesellschaftlichen Verständigung soll aus dieser Hasssprache entstehen? Ich finde eine jetzt immer noch fortgesetzte sprachliche Verrohung in der Öffentlichkeit einfach nur verantwortungslos. Zusätzlich ist die sprachliche Verrohung mindestens wirkungslos im Kampf gegen Rechts. Weitere Motive von Woll zur Europawahl finden sich unter einem eingefügten Link. Motive des BSW zur Europawahl finden sich unter einem weiteren Link. Plakate der CDU, die Motive der AfD zur Europawahl und der Linken finden Sie unter weiteren Verlinkungen. Mit sprachlicher Verrohung kennt sich auch die FDP-Spitzenkandidatin Marie-Agnes Strack-Zimmermann aus. Die Wahlkampfidee der FDP mit der »Oma Courage« ist mutmaßlich mangels kultureller Bildung der Werbetreibenden schön nach hinten losgegangen. Weitere Motive der FDP zur Europawahl finden sich unter einem eingefügten Link. Die SPD wirbt unter anderem mit dem Slogan »Maß, Mitte, Frieden«. Auch das angesichts der aktuellen militärischen und polarisierenden SPD-Politik eine dreiste Umkehrung und eine Flucht nach vorne. Die Titelzeile »Wie sich die Bilder gleichen« habe ich beim Grafiker Klaus Stäck gebrockt, der sie bereits 1972 auf einem verlinkten Plakat genutzt hat. Ein weiteres Plakat aus dieser Zeit von Stäck kann als Kommentar zum aktuell massiven und geradezu stolzen Auftrumpfen der Militaristen genutzt werden. Alle reden vom Frieden, wir nicht. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte. Klaus St. Untertitelung des ZDF, 2020